malzeit freunde willkommen zurück bei fortnight und den aufgaben von teil 1 von den paradies aufgaben dieses mal mache einen schattensprung durch chrom gebäude das ganze muss man dreimal machen ich befinde mich jetzt hier in harrods sanctum wo halt alles aus chrom ist und da können wir ganz einfach auf die wand zu laufen und schattenspringe dadurch machen das ganze dreimal die wir sehen und ja was wir gesehen haben freunde das ist auch schon alles ganz easy ganz einfach ihr wisst bescheid macht's gut bis zum nächsten mal